Ey, 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 gib den Walter Anselina. Ey, ey. Justin. Äh, 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 ähm. Dann ergeben sich... Stimmt ja mal gar nicht. Ey, Anselina von Sabrina. Na, was haben wir denn da Schönes? Ein Zettel? Schon wieder? Was haben wir gesagt, Kinder? Ach, Frau Reklam. Keiner schreibt hier was auf, ohne dass es vorgelesen werden darf. Echt? Mhm. Wollt ihr dann den Zettel vor der ganzen Klasse vorlesen? Ach, wenn's sein muss. Machen Sie doch. Also, ich wollte ja eigentlich nicht. Aber da ihr mir keine andere Wahl lässt. So, dann schauen wir mal nach, was jetzt wirklich draufsteht. Du, Selina, meinst du auch, dass Frau Reklam richtig cute aussieht und voll den guten Style heute hat? Die Farbe steht ihr voll. Und sie ist einfach die beste Lehrerin. Hab sie voll doll lieb, deine Sabrina. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Danke.